Wilde Kabinenparty bei den Frauen Nationalspielerinnen der USA. Im Mittelpunkt Stürmerin Alex Morgan. Nach dem Gewinn des vierten WM-Titels glänzte sie gekonnt mit Tanzeinlagen. Zum Einsatz kamen bei dieser Party auch die für Amerika typischen Skibrillen. Zum Schutz der Augen vor dem verspritzten Champagner. - U.S.A! U.S.A! Ja! Hier geht's! Das ist wirklich Beer Goggles! Du bist auch Kim! Untertitelung des ZDF für funk, 2017